Ich stelle euch heute meine Lieblingsbehausung für Touren mit einer oder mehreren Übernachtungen vor. Die Hängematte von Amazonas Ultralight Mosquito Traveller Thermo. Das Thermo steht übrigens für den doppelten Boden. Der Clou, hier passt eine Isomatte hinein. Warum wir uns für eine Hängematte entschieden haben? Sofern genügend Bäume vorhanden sind, spielt die Beschaffenheit des Untergrunds keine Rolle. Ihr sucht euch zwei Bäume, befestigt die Mosquito Traveller dazwischen und alles wird gut. Falls es regnet, noch ein Tarp darüber spannen und das war's. Solltet ihr keine Befestigungsmöglichkeit für eine Hängematte finden, so benötigt ihr lediglich einen ebenen Boden, ein wasserdichtes Ground Shield und mit Hilfe von Tracking-Poles, Ästen oder einer Bank, dem Dach einer Schutzhütte, baut ihr euch ruckzuck ein zeltähnliches Gebilde. Auch hier könnt ihr eine Variante mit oder ohne Tarp bauen. Das ist vollkommen wurscht. Wir haben auch schon diverse Aufbaumöglichkeiten ausprobiert und das hat super funktioniert. Die Hängematte haben wir mit den Whoopieslings, den Treehackern und den Karabinern, von denen die Hammocks aufgehangen. Ausgeliefert wird die Amazonas Traveller mit einer Schlinge. Integriert ist eine seitliche Tasche, in der sowohl die Hängematte, wie auch die Whoopieslings, die Treehacker und die Karabiner ihren Platz finden. Natürlich alles problemlos. Fixiert wird das Ganze mit zwei verstellbaren Bändern und Klippern. An den Karabinern haben wir das Band für das Moskitonetz befestigt. Der Vorteil von den Haken ist die schnelle Anbringung und das ebenso schnelle Lösen, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen. Theoretisch wird die Spreizstange nicht benötigt. Es funktioniert genauso gut mit einem dünnen Ast. Ihr könnt den Artikel auch ohne Moskitonetz verwenden. Ihr dreht die Moskitotraveller einfach mit dem Netz nach unten und legt euch auf die Unterseite der Hängematte. Funktioniert einwandfrei. Das Band ist original. Wir haben die Hängematte um das Didi Hammock Set mit Treehackern, Whoopieslings und Karabinern erweitert. Der Auf- und Abbau geht so super schnell und das selbst, wenn es schon dunkel wird. Das Netz und die Liegefläche sind mit Insektenschutzmittel imprägniert. Bis jetzt hatten weder mein Partner noch ich Probleme mit Zecken oder Mücken. Zudem gab es auch keinerlei allergische Reaktion auf das Insektenschutzmittel. Das ist die Öffnung auf der Unterseite für den doppelten Boden. Hier passt eine Isomatte hinein und bietet zusätzlichen Schutz vor Kälte und Wind. Die Maße betragen 2,75 m x 1,40 m. In die Hängematte passen auch große Personen. Mein Partner ist 1,89 m und kann bequem in der Traveller schlafen. Die maximale Traglast liegt bei 200 kg und das Gewicht liegt bei 768 g nachgewogen mit Wookiee-Slings, Treehackern und den 2 Karabinern. Das Gewicht der Hängematte ausschließlich mit den 2 mitgelieferten Schlingen beträgt nachgewogen 650 g. Zuzüglich der 2 Spreizstangen. An dem Moskitonetz befinden sich 2 Taschen, auf die man bequem von innen zugreifen kann. Hier findet zum Beispiel eine Taschenlampe oder ein Smartphone Platz. Die Hängematte kann man hier praktisch verstauen ohne separaten Packsack. Noch einmal die wichtigsten Infos. Die Hängematte bietet mit einer Größe von 2,75 m x 1,40 m auch größeren Personen ausreichend Platz. Die Moskito Traveller kann beidseitig verwendet werden, also mit und ohne Moskitonetz. Ein zeltähnlicher Aufbau am Boden ist absolut möglich. Die maximale Traglast liegt bei 200 kg. Der Hersteller wirbt mit gerade einmal 650 g Gewicht. Es gibt einen doppelten Boden für eine Isomatte. Das Nylon-Ripstop und das Moskitonetz sind imprägniert gegen Insekten. Auf der Innenseite befinden sich praktische Taschen. Unsere Befestigungsvariante, ein paar Whoopies links, die Treehackers und die entsprechenden Karabiner von Didi Hemmocks. Das können wir wirklich weiterempfehlen. Wie man unschwer auf dem Bild erkennen kann, ist es gerade ziemlich stressig. Was gibt es sonst noch zu sagen? Einfach ab in den Wald und ausprobieren. Tschüss! 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 Vielen Dank.